Einmal schauen wir mal, ob wir das noch zusammenbauen können, gell? Irgendwie haben wir das schon eingekriegt. Also dort ist schön zu teilen, oder? So, oder? Ja, genau. Später wissen wir, ob wir etwas wieder anzugehen. Wo ist es direkt? Die Festwand muss man rein. Ach, scheiße, die ist doch hier, oder was? Ja, also... Wo ist es denn hier? Also... Das kriegen wir schon nicht, also... Kirschkotten muss man rein, gell? Das ist ein super-schnitt. Ich reißen wir das wieder raus, gell? Genau, die sind wir hier vorne, gell? Ja... So ungefähr, oder? Also da muss ich den Griff schon dran zu wegschmeißen, ja... Und den Laufbäuer haben wir auch noch, den wo er geht. So, ich da ausschalten. So... Irgendwie so reingehen, oder was? So... Jetzt kommen wir ja abhinken, ja? Nein, so wird das nichts, oder? So... 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 So...